Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Let's Play Champions of Ragnum. Ja, wir sind jetzt mit den Quests fertig. Das letzte Mal war ein bisschen abrupt Ende. Sorry dafür, aber wir machen jetzt weiter und geben die Quests hier ab. Ich habe hier noch eine Quests. Dort hinten. Ja, ich habe neue Quests entdeckt in... Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Die zweite Stadt, die beim Tor ist. Wo wir da mit der Reichsquest hin mussten. Wir müssen hier rein. Okay. Okay. Wir müssen nochmal seine Pates Broke mehr machen. Holen. Und hier. Okay. Ja, mir geht es momentan noch nicht so gut. Ich dachte, ich wäre endlich mal fertig mit dieser Grippe. Habe jetzt die Grippeimpfung gemacht, damit das scheiss Zeugs aufhört. Und... Und... Ja. Wahrscheinlich. Nicht so weit zu geht. Steuern. Steuern. Helfen nicht. So. Und jetzt? Müssen wir da raus. Okay. Okay. Ja, ich habe jetzt mal die Kampfmusik ausgemacht, wie gewünscht von einem. Und... Ja. Die wiederholt sich da die ganze Zeit. Es gibt keine andere. Das ist ein bisschen blöd. Und... Das ist irgendwie runter. Wurde sich doch richtig angezeigt. Ja, Minecraft mache ich jetzt wieder mehr. Ich schaue, dass ich das Let's Play fortsetzen kann. War ja nur ein Part momentan. Da muss ich mehr machen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Minecraft. Also... Nicht so aufzunehmen. Ich habe Minecraft hier ein bisschen actiongeladene Spiele. Ja, Recknum ist halt eigentlich das... Actiongeladene Spiel, aber wenigstens ein bisschen Action. Was ist da oben? Wieso gehe ich jetzt hier runter? Okay, müssen wir halt wieder hoch, sorry. Das habe ich falsch geschaut. Das habe ich falsch geschaut. Das habe ich falsch geschaut. Diese Werke nehmen einfach langsam. So können die keine Treppen nach oben bauen. So, jetzt sind wir gleich da... Also... Jetzt finde ich da. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt! Gehen wir uns in die andere Stadt. Ah, da kann ich ja nicht springen. Ich mag diese Einschränkungen nicht. Hier rauscht es immer so komisch. Keine Ahnung was das ist. Wasserfall oder so. So, und jetzt müssen wir hier. Von Lycian. Wo sind die Lycian hin? Die wurden weggeformt. Müssen wir warten. Da ist einer. Ja. Heiner. Komm schon. Wieso ist die Steine so komisch? Noch ein und komm. Lycian. Dann. 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 So. Haben wir das, was ich denke ich wüsste. Okay, nicht da. Fünf müssen wir... Ah, hab ich falsch gesehen. Falsche die drei aus fünf gesehen. Fünf aus drei gesehen. Spiel año! UnschleAdams ztepfüü lieft und tiefen. Unglöhm, tschüss fout. UnschleAdams z Kurtzin So. Jetzt wieder hoch zum Team Questgeber wahrscheinlich oder wollen. Nein, zum Magier, zum Stabverkäufen. Das ist hier. Gut. Danke. Jetzt müssen wir schauen, ob es noch Quest gibt. Irgendwo muss es doch noch Quest geben. Ja, toll. Mit dem kleinen Bügel. Da hinten war doch noch eine Quest, die wir nicht annehmen konnten. Irgendwo hier. Genau hier. Und plötzlich war es morgen. Einen Wehrwolfring haben wir. Listung Spawnes. Ja. So, jetzt gehen wir in die Hand zu starten und machen dort die Quests. Ja. 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 Na, nee. Ich muss noch einen Schneewolf besiegen, hier gibt es nur sehr wenige. Einen. Zwei. 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 Okay. Okay. So, das ist so insane, das läuft gut. 7 8 noch 2 Wo sind die zwei? Da ist mal einer.